Mein Name ist Svenja Schröder und ich arbeite für die Stadt Wien in der Magistratsdirektion in der Bereichsleitung für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaftsstandort. Ich möchte Ihnen einen Einblick geben, wie innerhalb der Stadtverwaltung über Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung nachgedacht wird. Wenn man so mittendrin steckt im digitalen Wandel, übersieht man schnell, dass es die Digitalisierung nicht gibt. Die Lebensrealität ist eine andere, je nachdem in welcher Gesellschaft, in welchem Land oder sogar in welcher Stadt man lebt. In manchen Ländern stehen Fortschritt und Innovation an erster Stelle und soziale Fragen sind zweitrangig. In anderen werden digitale Lösungen benutzt, um Bürgerinnen und Bürger zu überwachen. Die Stadt Wien will einen eigenen Weg gehen. In Wien sollen auch in der digitalen Welt der Mensch im Mittelpunkt stehen. Wien will die Stadt sein, in der digitale Lösungen entwickelt und umgesetzt werden, die auf nachhaltige und inklusive Weise den Menschen nutzen. Und der digitale Fortschritt soll nicht nur einen Teil der Bevölkerung, sondern allen Wienerinnen und Wienern nützen. Wien sieht sich traditionell in einer aktiv gestaltenden Rolle. Die Stadt Wien hat in der Vergangenheit immer wieder wegweisende gestalterische Maßnahmen ergriffen. Beispiele sind der soziale Wohnbau, Investitionen in öffentliche Infrastruktur oder die Durchsetzung von ArbeitnehmerInnenrechten. Dieses Selbstverständnis wird aktuell herausgefordert, denn viele Entscheidungen, die den Alltag der Wienerinnen und Wiener verändern können, werden aktuell nicht in Wien, sondern von global agierenden Tech-Unternehmen getroffen. Auch wenn sie gerne so gesehen wird, Technologie ist nicht neutral. Sie wird von Menschen gestaltet, mit all unseren Vorurteilen oder auch mit kommerziellen oder sogar destruktiven Absichten. Deswegen müssen wir uns damit beschäftigen, wie wir Technologien einsetzen und wie sie sich auf uns als Individuum, auf unsere Gesellschaft und auf unsere Umwelt auswirken. In Wien hat sich ein ganzes Ökosystem an Akteurinnen und Akteuren etabliert, die sich mit dem Wiener Weg der Digitalisierung beschäftigen. Angestoßen wurde die Bewegung in Wien von dem Wiener Manifest für digitalen Humanismus, das 2019 von der TU veröffentlicht wurde. Heute arbeiten Vertreterinnen und Vertreter der Sozialpartner, NGOs, Wissenschaft und Forschung und MitarbeiterInnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung gemeinsam daran, dass die digitale Transformation der Stadt unter ethischen und humanistischen Gesichtspunkten weiterentwickelt wird. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Stadt und stadtnahen Organisationen haben sich in Workshops zusammengefunden und erarbeitet, welche Auswirkungen die Digitalisierung auf verschiedene Lebensbereiche hat. Wir haben uns zum Beispiel die Themenfelder Bildung, Gesundheit, Arbeit und Kunst und Kultur angesehen und dann überlegt, welche konkreten Instrumente uns als Stadtverwaltung zur Verfügung stehen, um die Digitalisierung in dem jeweiligen Bereich werteorientiert zu gestalten. Wir haben unsere Gedanken unter anderem auch in einer Broschüre zusammengefasst, die Sie in den Notes zu diesem Kurs finden. Ich möchte Ihnen noch von einigen aktuellen Initiativen in Wien erzählen, um zu zeigen, wie die Werte des digitalen Humanismus in der Praxis umgesetzt werden können. Ein tolles Beispiel für einen reflektierten Umgang mit neuen Technologien zeigen uns die Wiener Stadtwerke. Die Stadtwerke haben mit Hilfe von künstlicher Intelligenz eine Lösung entwickelt, die automatisch schriftliche Kundinnen- und Kundenanfragen kategorisiert, analysiert, bewertet und weiterleitet. Dadurch werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlastet. Die internationale Standardisierungsorganisation IEEE hat das Verfahren auf Transparenz, Verantwortlichkeit und Vermeidung von Algorithmic Bias und Schutz der Privatsphäre geprüft. Das Ergebnis ist die erste ethisch zertifizierte KI-Lösung für einen öffentlichen Konzern. Ein weiteres Instrument, das der Stadt zur Verfügung steht, sind Maßnahmen zur Unterstützung des Forschungs- und Wirtschaftsstandorts Wien. Hochwertige digitale Lösungen aus Wien sollen weltweit für Fairness, Transparenz, Sicherheit und Selbstbestimmung stehen. Die Stadt kann innovative Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Unternehmen, die an neuen menschenzentrierten digitalen Lösungen arbeiten, mit maßgeschneiderten Fördercalls unterstützen. Das macht sie zum Beispiel gemeinsam mit der Wirtschaftsagentur Wien und dem Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds. Die Stadtverwaltung kann außerdem mit gutem Beispiel vorangehen, indem sie die Kriterien des digitalen Humanismus bei der Auswahl beziehungsweise bei der Entwicklung neuer digitaler Lösungen für die Stadt anwendet. Mein letztes Beispiel kommt aus dem Bereich der Kunst und Kultur. Die Wien-Bibliothek im Rathaus digitalisiert ihren gesamten Bestand an Korrespondenzen und macht so die Geschichte Wiens für alle Interessierten online zugänglich. Es handelt sich hier um rund 160.000 Objekte. Mit dem Projekt Wir schreiben Geschichte laden das Wien-Museum und die Wien-Bibliothek interessierte Wienerinnen und Wiener ein, Briefe, Ansichtskarten und andere Werke zu transkribieren. So tragen freiwillige Helferinnen und Helfer zur Archivierung der Stadtgeschichte bei. Und Kunst und Kultur werden mit Hilfe von digitalen Technologien für mehr Menschen zugänglich und erlebbar. Diese Initiativen zeigen, dass Digitalisierung gestaltbar ist. Technologien werden von Menschen geschaffen und genauso haben wir es auch in der Hand, wann und wie wir sie einsetzen wollen. In Wien wollen wir das Wohl der Menschen ins Zentrum der Entwicklung stellen. Digitale Technologien sollen dem Menschen dienen und nicht andersherum.